Der BMW wurde bei dem Crash stark beschädigt. Foto, SDMG Bretten, Baden-Württemberg, bei einem Unfall überschlug sich der rote BMW eine Autofahrerin. Die 22-Jährige verlor aus bislang unbekanntem Grund die Kontrolle über ihr Auto, kam von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken fuhr sie über eine Verkehrsinsel. Dabei überschlug sich der Wagen, die Frau wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und starb, teilte die Polizei Karlsruhe mit. Nach ersten Erkenntnissen war die Frau nicht angeschnallt. Einsatzkräfte am Unfallort Foto, SDMG mehr aktuelle News aus Stuttgart und Umgebung lesen Sie hier auf stuttgart.bild.de. Sind Sie bei Facebook? Werden Sie Fan von Bild Stuttgart Teilen oder Turn Teilen auf Google Plus per WhatsApp verschicken per Mail versenden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.